Hallo ihr Leseratten, willkommen zum nächsten Signierte Bücher Video. Nach langem war wieder ein Signierte Bücher Video. Und wir haben uns wieder eine Zeit, dass ich euch ein paar Signierte Bücher zeige. Hallo ihr Leseratten, jetzt wollte ich gerade das Video schneiden und stelle fest, ich habe gar kein Intro und habe euch nicht begrüßt. Ich kann ausdrücken, dass ich jetzt überall sage, das nächste Buch ist... Ja, dann verzeiht es mir bitte, ich habe irgendwie den Faden verloren anscheinend und habe einfach nur nicht mehr gewusst, welches Buch als erstes rankommt. Ihr seht jetzt meine fünf nächsten Signierten Bücher, die ich irgendwo, irgendwie bekommen habe. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Als ich gehört habe, dass dieses Buch erscheinen wird, habe ich es vorbestellt und zwar mit Signieroptionen. Und deswegen ist auch der Kofferkrimi oder Eliza Hamiltons Kofferkrimi von Lynn Rina Signier aus dem gleichen Universum wie Annie Mincrumbs Staubchronik. Beziehungsweise Eliza ist ein Charakter aus genau diesem Buch und ich habe Staubchronik geliebt, wie ihr wahrscheinlich wisst oder vielleicht wisst. Und wenn nicht, schaut euch meine Rezension dazu an, ich schwöre wahrscheinlich in den höchsten Tönen von diesem Buch. Und ja, dieses Buch ist nur etwas ganz Besonderes. Es spielt parallel zu meiner Staubchronik und ist eher ein Krimi als ein historischer Roman. Weil ja, es ist halt ein historischer Krimi, weil sie haben einen Koffer, der auch in Staubchronik eine große Rolle spielt. Eine kleine Rolle spielt vielmehr oder überhaupt eine Rolle spielt. Und die, ja, was sie mit diesem Koffer auf sich hat, wollen Eliza mehr als Jamie herausbekommen. Und ja, das Lustige in dem Buch ist, ich muss mal kurz eine Seite finden, wo es ein bisschen offensichtlicher wird. Das finde ich natürlich auch schon an, ich kenne, das ist logisch, ganz klar. Nice. Ja, hier sieht ganz gut aus. Also nicht nur, dass die ganzen Seiten so aussehen wie ein altes Notizbuch. Sie haben auch noch jede Menge Randnotizen. Hier ist es gerade sehr extrem, weil überall alles voll gekritzelt ist. Und mit Pfeilen und ab und zu auch irgendwelche Kringeln. Dann weißt du, okay, da gehört es hin. Stern hier auf der anderen Seite. Und ja, manchen ist es beim Lesefluss immer ein bisschen schwierig gefallen, die Randnotizen zu lesen dann zwischendrin. Ich fand es großartig. Ich fand, das hat das Ganze noch ein bisschen aufgelockert. Weil das Ganze ist ein Bericht aus Elizas Sicht von dem ganzen Fall. Zwar in Geschichte erzählt oder in Geschichtenform erzählt. Aber eben zwischendurch sagt Jamie so, da hättest du aber noch mal lassen, das erwähnen können. Und dann antwortet leise darauf manchmal auch nochmal. Total witzig. Überhaupt ist dieser Krimi, historische Krimi, sehr, sehr witzig aufgemacht. Ich habe ihn geliebt. Anfangs sieht auch immer so aus. Jedes Kapitel hat doch mal so eine andere Gestaltung so ein bisschen. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ja, es ging ja hier eigentlich um die Signation, ne? Um die Signatur. Es gibt übrigens auch eine Karte drin. Und ja, hier ist, was steht drin? Für Betty, pack die Koffer, Mordentohlschlag, warten auf uns. Genau. Jetzt habe ich gerade sehr viel über dieses Buch erzählt, weil jetzt einfach... Das nächste Buch ist Vindicta. Sein ist die Rache von Cat von Arbor. Arbor. So, das Buch habe ich auf der Buch Berlin 2021 geschenkt bekommen, weil die Autorin quasi in unserem Stand war und ja, ihre Sachen da abgelegt hatte, um von da aus die Bücher zu verteilen, weil es irgendwie eine neue Auflage davon geben sollte und so die alten irgendwie loswerden will. Ich glaube, so war das. Jedenfalls ist hier auch noch Werbung von dem anderen Buch drin. Ein Adventskalender, was ich sehr interessant finde. Und noch ein weiteres Kärtchen. Aber wichtig ist natürlich die Siege Natur. Und zwar, ich wünsche dir schaurig schöne Lesemomente. Das klingt doch schon mal vielversprechend, oder? Ich bin sehr gespannt. Gelesen habe ich es mich noch nicht. Und mich reizt vor allem der Vindicta. Aber ja, das ist ein Mysteries, weil er hinten drauf steht. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Ebenfalls auf der Buch Berlin im letzten Jahr habe ich den ersten Band von Phönix gekauft. Asche geboren von Ann-Kathrin Karschenlick. Irgendwie stoppe ich jedes Mal über diesen Namen. Ich habe keine Ahnung warum. Das liegt aber auf jeden Fall an mir, das ist schon mal klar. Ja, der erste war eine Reihe. Und hier steht drauf, für Betty genießt den Flug der Phönix. Ja, auch da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist auf jeden Fall etwas dystopisches, würde ich mir behaupten. Ich habe es zumindest jetzt in den Dyselpie reingepackt, weil natürlich im Jahre 2033, also auf jeden Fall etwas mit Zukunft, so ein dystopisches ist ja dahingestellt, auf jeden Fall Zukunftsbücher, ein Zukunftsbuch, das entsteht es ja mir im Zukunftsregal. Ebenfalls vorbestellt habe ich natürlich den dritten Band von Lettersum von Lieder Rosenbecker. Der Abschluss der Trilogie, nicht der Abschluss Lettersums, aber die Trilogie ist hiermit beendet und ja, schon ein bisschen traurig, aber ich habe es ebenfalls geliebt. Und hier, für Betty öffne die letzte Tür. Und natürlich mit Hamilton, dem Hamster, der hier auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, wer die Liesensum-Reihe noch nicht kennt und Bücher mit Büchern mag, ich meine, guckt euch dieses Cover an. Und diesmal ist ja auch keine Katze drauf, diesmal ist ein Hamster drauf. Ich muss ihn schon wieder suchen. Da, nein, doch, da, oh, da, da sitzt er. Ganz klein und fein. Noch schwieriger zu erkennen als die Katzen. Aber ja, mhm, hofft euch dieses Buch an, oder diese Reihe vielmehr. Auch wieder von der Buch Berlin mitgenommen habe ich die Todesküsterin von Sandy Mercier. Okay, das Buch wollte ich ja 2019 schon kaufen an ihrem Stand. Sie hatte es aber nicht dabei. Aber diesmal schon und diesmal konnte ich es abstauben. Es ist erst mal eine Reihe. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Bände. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bleibe euch hier mal ein, wie viele Bände es gibt. Und ja, für Betty endlich geht es Männern, was? Endlich geht es den Männern an den Kragen. So. Genau. Ach, hier ist noch ein Kärtchen bei von ihrem anderen Buch, mit einem Pseudonym. Genau, die Todesküsterin. Bin ich, wie gesagt, auch sehr, sehr gespannt drauf. Freue ich mich ja schon seit mehreren Jahren drauf. Habe ich aber immer noch nicht gelesen. Genauso wie ich das Intro vergessen habe, habe ich das Verabschiede vergessen. Von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.